Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal Pokedentist. Freut mich sehr, dass du eingeschaltet hast. Heute werden wir uns einmal mit Deals beschäftigen, denn mein Partnershop Crispy Cards hat seit dem 1. November die November Deals, die Black November Deals und die haben es richtig in sich. 20% auf alles, soweit ich das richtig gesehen habe und eben noch 5% mit dem Code Pokedentist. Vergesst ihn auf gar keinen Fall, alles klein geschrieben. Und ab 200 Euro ist der Einkauf dann auch versandkostenfrei. Also gehen wir jetzt mal rein und schauen uns an, was es da für Hammerpreise gibt. Hier auf der Seite von Crispy Cards angelangt, sehen wir unter Vorbestellung und dann Pokémon eben auch schon die Produkte, die man sehr günstig vorbestellen kann. Nämlich hier das Produkt, was am 08.11.2024 auf den Markt kommt. Stürmische Funken, Top Trainerbox, auf Deutsch für 37,59 Euro. Mit dem Code Pokedentist spart ihr 5% und zahlt dann am Ende 35,71 Euro für eine Top Trainerbox auf Deutsch von diesem wunderbaren Set mit den absolut geilsten Karten und wahrscheinlich das beste Set diesen Jahres. Und ja, ich würde sagen, das lohnt sich auf jeden Fall. Ebenfalls könnt ihr hier für einen Schnapperpreis die Stürmischen Funken 3er Pack Blister auf Deutsch vorbestellen für 11,59 Euro und eben auch mit dem 5% Code spart ihr da auch nochmal ordentlich was. Ebenfalls könnt ihr die Produkte natürlich auch englisch vorbestellen. Denn hier ist die Elite Trainerbox und die kostet 34,39 Euro auf Englisch und eben 32,67 Euro, wenn ihr mit dem Code Pokedentist eben 5% sparen wollt. Da habt ihr dann eine sehr, sehr günstige Top Trainerbox oder Elite Trainerbox. Wunderbar und abartiger Preis. Für das 36er Display 111,99 Euro und wenn ihr dort den Code eingebt Pokedentist spart ihr nochmal die 5% und kommt damit auf einen unfassbar guten Preis bei Release von einem sehr, sehr begliebten Set von 106,39 Euro. Bedenkt auf jeden Fall, dass ihr ab 200 Euro versandkostenfrei bestellen könnt und ja, vergesst auf gar keinen Fall den Code einzugeben, denn der funktioniert. Ich hab's probiert. Auch ein tolles Angebot ist diese Zenit der Könige Lugia Box für 28,79 beziehungsweise eben mit dem 5% Code 27,35 Euro. Da macht man auf gar keinen Fall irgendwas falsch. Da ist eine tolle Lugia Promo drin, die E-Cognito oder E-Cognito und ja, ein Pin und die XXL-Karte und das ist ein wunderschönes Set für einen wirklich tollen Preis und eben auch auf Deutsch. Und da Weihnachten ja und die Adventszeit immer näher kommen, gibt es hier auch den deutschen Pokémon Adventskalender für 39,99 und eben auch hier 5% drauf. Das ist ein Top-Preis. Weiß ich nicht, ob ich den irgendwo günstiger finden werde. Ich glaube eher nicht aktuell. Schreibt es mir gerne in die Kommentare, wenn es das alles günstiger gibt. Ich bin der Meinung, das sind wirklich heftige Deals, auf die ihr ein Auge werfen solltet. Wir schauen einfach mal weiter, was es noch so gibt. Auch ein toller Preis sind die 10,79 Euro. Abzüglich 5% für die Stellar Krone 3-Pack-Blister. Das ist auch wirklich ein sehr guter Preis für ein sehr beliebtes Set. Und auch beispielsweise die Top-Trainer-Bots-Box von Masquerade im Zwielich für 39,99, ebenfalls auf Deutsch. Das ist auch wieder ein Spitzenpreis. Wenn man da noch die 5% abzieht, hat man da auf jeden Fall ein gutes Produkt mit der Top-Chase-Karte, die über 200 Euro Quaiotzu oder wie sie heißt, mittlerweile kostet. Also wirklich toll. Und was für mich noch ein kleines Highlight ist, dann ist das auf jeden Fall diese wirklich schon in die Jahre gekommene Shadow Rider-Box auf Englisch. In dem Fall für 20,79 Euro mit schönen Schwert- und Schildboostern. Hier müsste Chilling Rain auf jeden Fall drin sein. Und das da hinten sieht, ich weiß nicht, flammende Finsternis oder so, das kann ich jetzt nicht genau sagen. Schreibt es mir auch gerne in die Kommentare, wenn ihr das besser wisst. Auch die Jumbo-Karte dabei und hier eben eine tolle Koronospa-Karte. Ein wirklich tolles Produkt und ich weiß nicht, wo sie das hergeholt haben, aber auch wirklich ein sehr ordentlicher Preis dafür. Wenn wir jetzt schon hier bei englischen Produkten sind, dann muss man auf jeden Fall auch den Lost Origin 3-Pack Blister erwähnen. Für 13,59, auch wieder ein Top-Preis, wenn man da noch die 5% abzieht. Also ich würde sagen, hier kann man gut Weihnachts shoppen. Auch das wird immer teurer Zenit der Könige, die Tinboxen. Hier kriegt ihr sie für 19,19 Euro und wieder auch abzüglich 5% Code. Ich muss es immer wieder erwähnen, weil es ist halt wirklich so, dass man es nicht vergessen sollte. Da kommt man auf einen super Preis, den man auch so jetzt nicht einfach so findet. Und wie gesagt, denkt dran, alle Produkte sind begrenzt verfügbar. Ihr habt ab 200 Euro einen kostenlosen Versand und eben die 5%, die ich noch nie erwähnt habe in dem Video. Ich habe selber auch direkt noch was vorbestellt und ja, von Searching Sparks. Also das lohnt sich auf jeden Fall. Schaut gerne auf der Seite von Crispy Cuts vorbei. Dort seht ihr die heftigsten Angebote. Natürlich gibt es auch One Piece, Dragon Ball und so weiter. Alle TCGs vorhanden. Schwarz und Weiß, glaube ich auch. Geht rein und ja, holt euch noch vor dem Black Friday hier tolle Angebote. Ja, und das war es dann auch mit dem Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Schaut auf jeden Fall gerne bei Crispy Cuts vorbei. Gönnt euch eine Kleinigkeit. Es sind wirklich tolle Angebote dabei. Das ist einfach so, dass ich finde, dass die Preise unfassbar gut sind. Vor allem bei den Vorbestellungen. Und ja, vorhin war leider, also vorhin war auch noch das deutsche Searching Sparks vorhanden. Leider ist es mittlerweile wirklich innerhalb von 5 Minuten ausverkauft gewesen. Deswegen seid schnell, wenn ihr noch was wollt. Stürmische Funken kommt am nächsten Freitag auf den Markt. Und deswegen würde ich sagen, gönnt euch noch schnell was. Und wir sehen uns in einem der nächsten Videos. Schreibt mir übrigens mal gerne, wenn ihr weitere solche Angebotsvideos sehen wollt. Auch vielleicht von anderen Shops. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.